Hallo Echo! Hallo Gipfelstürmer! Hey, wir sind die Gipfelstürmer. Kommt doch mit auf eine kleine Bergtour. Die Bergspitze ist zu sehen. Dahinauf wollen wir gemeinsam. Die Bergspitze symbolisiert den Erfolg. Wie aber werden wir erfolgreich? Wie kommen wir ganz oben an? Nun ja, wir, die Gipfelstürmer, sind eine Full-Service-Agentur, die euch alles bieten kann, um euer Ziel zu erreichen. Beginnen wir mit dem sogenannten Corporate Design. Dieses beinhaltet Logo-Design, Farbgebung, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Wiedererkennbarkeit ist hier entscheidend. Auch Flyer und Drucksorten bieten wir gerne an. Übrigens, Logos werden bei uns noch mit der Hand gezeichnet, digitalisiert und mit dem Kunden gemeinsam fertig entwickelt. Gut, dass wir an der frischen Luft sind. Hier kommen uns oft Ideen für den perfekten Slogan, auch Claim genannt. Unsere ist beispielsweise, wir gehen steil. Diesen Claim verwenden wir auf Social Media auch gerne als Hashtag. Apropos Social Media. Wir sind Content-Schaffer und überlegen uns gute Strategien, um eure Zielgruppe zu erreichen. Beispielsweise ist es ganz leicht, über eine Instagram-Story die Leute auf eure Website zu loggen. Da ist ein nächstes großes Thema. Wir brauchen wohl eine Rast in einer Berghütte. Webseiten sind nicht gleich Webseiten. Die Optik ist zwar fürs Auge schön, die Website muss aber auch gefunden werden. Dazu optimieren wir eure Texte, damit ihr auch in den Tiefen des www gefunden werdet. Unser Webmann ist ein wahres Genie. Auch knifflige Programmierungen können wir gerne für euch lösen. Ah ja, ein Thema, das wir unbedingt noch besprechen sollten. Wir sind Videoproduzent für Imagefilme, Aftermovies oder TV-Spots. Videocontent ist ein unumgängliches Thema. Wir sprechen gerne von optimaler Content-Verwertung. Aus einem Imagefilm machen wir beispielsweise auch einen Kino-Spot und die richtige Formatierung für Instagram und Co. Für den Start ist also schon bestens gesorgt. Wer mit seinem Unternehmen noch weiterkommen möchte, kann auf weitere Services zugreifen. Etwa professionelle Pressetexte, Präsentationscoachings und einen Moderator oder Werbesprecher. Das Feuer der Historie und steigern stets unsere Erwartungen. So, die letzten Meter. Wir sind am Ziel. Wir sind die Gipfelstürmer mit Grafik, Web, Media, More. Eure Full-Service-Agentur.